200 mm Federweg, eine Doppelbrückengabel und eine Freeride orientierte Geometrie. Das habt ihr hier alles in einem E-Bike mit dem Axis E-Cross. Die Doppelgänge, eine Doppelgänge, eine Doppelgänge, eine Doppelgänge. Ja Leute, hi, ich bin Kevin von Outdoor Otter Crew und während ich hier komplett von Mücken zerstochen werde, nehme ich hier alles für euch auf, mache ich hier einen kleinen Testbericht über dieses Bike. Kurz zum Thema Axis Bikes, die Firma kommt aus Göllheim in der Pfalz und die kommen ursprünglich aus dem Motocross Bereich und stellen nun seit einigen Jahren diese Abfahrts- und Downhill-orientierten E-Bikes her. Ich habe mir hier natürlich wie immer ganz professionell alles vorher aufgeschrieben, was ich sagen will. Nee, natürlich wieder nicht. Ich plapper jetzt einfach mal frei Schnauze, was ich so in den letzten Tagen mit dem Bike erlebt habe und was so meine Fahreindrücke waren. Fangen wir doch einfach mal ganz klassisch mit der Ausstattung an. Man sieht ja schon hier, das Bike ist wirklich ein richtiger Hingucker. Wir haben vorne eine Fox 40 Factory verbaut und hinten der Fox X2, was eben schon eine richtig geile Fahrwerkskombination ist. Gebremst wird der Hobel von der Magura MT7 und als Schaltgruppe haben wir eine SRAM GX verbaut. Ich denke, das ist von der Ausstattung her jetzt das, was für die meisten am interessantesten ist. Als Motor haben wir hier einen Bosch Performance CX Generation 4. Ich denke, zu dem Motor ist alles gesagt worden, was es zu sagen gibt. Da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Viel wichtiger für euch ist natürlich, wie fährt sich das Bike eigentlich? Und hier möchte ich vorab sagen, für alle, die jetzt hier neu eingeschaltet haben, ich bin jetzt hier auch kein Profi. Ich bin einfach ein ambitionierter Mountainbiker und habe Spaß bei der Sache wie die meisten von euch und bin daher einfach, kann ich euch einfach nur meine normalen Fahreindrücke vermitteln. Ich würde sagen, bevor es runter geht, geht es natürlich immer berghoch und ja, es ist ein E-Bike. Man kommt schön entspannt den Berg hoch, aber ich denke, man muss nicht zweimal hinschauen, um zu sehen, dass dieses Teil eher für bergrunter gebaut ist und jetzt nicht gerade ein Allrounder Tourenvolley ist. Also man kommt berghoch, aber wenn es mal so ein technischer Apfel wird, dann wäre natürlich das nicht die erste Wahl. Berg runter, was ist mir aufgefallen? Zuerst mal muss ich sagen, ich war jetzt am Flowtrails Stromberg, im Trailnet Saarbrücken und im Trailpark Mehring mit dem Rad unterwegs und ich hatte an allen Spots jetzt nicht das Gefühl, dass ich das Potenzial des Fahrwerks und des Bikes wirklich zu 100% ausnutze. Ich hatte eben definitiv das Gefühl, etwas zu viel Bike dabei zu haben. Ist das trotzdem geil? Ja. Jetzt mal Spaß beiseite. Also jetzt zum Beispiel in Stromberg gibt es ja viele schnell wechselnde Anliegerkurven und da merkt man durchaus die Geometrie für etwas steileres Gelände. Da musste man in Kurven doch schon mit etwas Nachdruck arbeiten, aber mit einem normalen Downhill-Bike wäre das am Floatwelt Stromberg wohl genauso. Auf Sprüngen hingegen hat es sich sehr gut angefühlt durch den tiefen Schwerpunkt und der ist wirklich verdammt tief. Lag man immer sicher in der Luft. Und vor allem, es ist auch ein sehr, sehr langes Bike. Es hat in L1 482er Reach. Ich bin jetzt kein Geometrienerd und kann jetzt euch gar nichts zum Mengenwinkel oder sonst was sagen. Mücken. Aber im Großen und Ganzen, das haben die mir bei Axis Bikes auch gesagt, wird hier eher auf Laufruhe und Stabilität gesetzt. Es ist kein verspieltes Bike. Es ist eine absolute Ballermaschine für richtig hartes Gelände. Und ja, das schreit auch förmlich danach. Es möchte einfach geballert werden. Also wenn ihr jetzt eher sagt, ihr möchtet ein verspieltes Bike, wäre das vielleicht nicht die erste Wahl. Wenn ihr sagt, ihr habt vielleicht schon ein normales E-Fulli oder ihr wollt halt wirklich was für Downhill-Strecken zu ballern an Passagen, wo es keinen Lift gibt und ihr wollt einfach schnell hoch und dann den Downhill mit einer Doppelbrücke und diesem Fahrwerk genießen, wäre das vielleicht die richtige Wahl für euch. Im wurzeligen Gelände ist das Bike lebendig geworden. Und je ruppiger es ist, desto mehr macht dieses Teil Sinn und auch Spaß. Und da habe ich mich wirklich richtig wohl gefühlt. Gerade No-Jokes-Abschnitt 1 zum Beispiel, da auf den Wurzelteppichen vor den Sprüngen, da hat man trotzdem das Gefühl gehabt, man rollt irgendwie über eine Rollschuhbahn. Das Fahrwerk bügelt einfach so viel weg. Das muss ich echt sagen, war richtig geil. Des Weiteren gibt einem die enorme Reserve und die abfahrtsorientierte Geometrie schon ein enormes Selbstvertrauen. Und man kann auch definitiv mal einen Sprung vielleicht ein bisschen zu kurz springen, was mir natürlich niemals passieren würde. Liebes Team von Axis Bikes, ich bitte recht herzlich um Entschuldigung für diesen nicht ganz kleinen Case. Ich wollte hier nur demonstrieren, dass man mit diesem tollen Freeride Bike durchaus auch mal einen Sprung etwas zu kurz in die Landung scheppern kann. Alles kein Problem, das Teil steckt alles weg. Und natürlich habt ihr mit diesem Fahrwerk auch keine Probleme, wenn ihr mal einen großen Drop springt. Geht alles ohne Probleme mit diesem Bike. Komme ich zu den Punkten, die mir persönlich nicht so gefallen haben. Bei mir ist jetzt die Sache, mir wurde da tatsächlich ein XL empfohlen. Ich habe mich jetzt aber für ein L entschieden. Ich liege also zwischen zwei Größen und ich muss halt auch sagen, ich komme von 29 Zoll und bei 27 Zoll steht man ja generell ein bisschen tiefer. Das heißt, für mich war es hier das Gefühl, dass ich vorne ein bisschen tief stehe. Vielleicht hätte ich da auch eher XL nehmen sollen. Wie gesagt, das ist hier an dieser Stelle meine Meinung. Und wie gesagt, es ist ein sehr langes Bike und dadurch eben nicht so verspielt. Dafür halt aber sehr laufruhig. Und es ist halt einfach ein richtig hart abfahrtsorientiertes Bike. Ist nicht direkt ein negativer Punkt, es ist eben einfach so. Und für denjenigen, der sich so ein Bike kaufen möchte, ist es wahrscheinlich dann an dieser Stelle genau das Richtige. Natürlich bleibt zu guter Letzt die Frage des Preises. Also Leute, wir haben hier ein Carbon E-Fulli mit Alu-Hinterbau, Fox Factory Ausstattung einer Magura MT7 Bremse und SRAM GX Schaltung für einen Preis von aktuell 8500 Euro. Und das ist preis-leistungstechnisch eigentlich schon ein richtiger Kracher. Natürlich ist es jetzt kein Schnäppchen. Es ist eine Menge Geld. Aber einfach eine absolut tolle Preis-Leistung meiner Meinung nach. So Leute, morgen geht das Rad zu Axis Bikes zurück. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Teil und ich bedanke mich bei euch, Axis Bikes Team, nochmal recht herzlich, dass ihr mir ein paar Tage das Rad zur Verfügung gestellt habt. Und ich packe euch allen den Link zu Axis Bikes in die Videobeschreibung. Da findet ihr natürlich alle Informationen zu dem Rad. Und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Rad gefällt. Oder wenn ihr auch noch Fragen habt zu dem Rad, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer in den nächsten Videos. Ciao. Alter, ich gehe kaputt hier. Kurz zum Thema Axis Bikes. Nein.